und weiter geht's mit der wilden tai chi runde ja wir gucken das mal also wir wollten jetzt zu tai chi und vor allen dingen kaito finden und jetzt müssen das mal gucken gibt es hier wo kameras zufällig können wir also ich mein was ist sind da passiert da hat sie eine null draus gemacht so muss es nämlich sein was haben wir hier laurie du bist ja ja we remind you that poster vandalization is not only a crime again it's a crime so don't do that have a nice day okay ich merke schon wir haben probleme wo haben die das gesehen ich schleiche ich bin im schleiche modus mir doch egal so ich mach da weiter sollen sie doch sagen sollen sie mich doch verhaften sollen sie mich in ein kittchen werfen ist mir doch alles egal so jetzt oh nein okay ich befürchte ich weiß in welche richtung es sind hier immer zur tai chi runde es geht aber so na na woon na 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 Ist das eine Matem, Zoe? Die riechsten, strange Hobbys. Jetzt lassen wir uns auf die T-Pose. Tina, are you with us, darling? Earth to Tina? Okay, also er war wohl früher mal Sportlehrer und jetzt ist er zum Tai Chi Master aufgestiegen. Tina, are you with us, darling? Ah, man kann bei jedem Einzelnen noch was machen. Also gut, wer bist du? Na, hallo? Ich habe gesehen, dass ich dich anklicken kann. Dieser Typ ist hochkonstriert. Ich hoffe wirklich, dass ich ihn nicht störe. Ja, der ist voll dabei. Und du? Entschuldigt bitte. Frau Henderson, ich glaube, sie und meine Mutter waren als gute Freunde. Ich kenne diesen Typen. Larry irgendwas. Gary oder war es Harry? Vielleicht kenne ich ihn doch nicht. Kann ich mal kurz aufs Camping? Das ist Frau Richard. Bevor sie in Rente ging, hatte sie eine hohe Position in der Verwaltung inne. Okay. Es gibt noch Rente. Man würde es wegen einer engen Hose nicht vermuten, aber das ist einer von Patriarchs Generälen. Was? Und? Haben wir eine Waffe? Für die Rebellion. Naja gut, vielleicht nicht. Aber wie haben die mich da gesehen? Wir besprühen alle. Was wir finden, wird besprüht. Ach, da komme ich gar nicht hin. Ja, und mich dümmt, du hast vor, hier irgendwie einzubrechen. Kann das sein? Ja, ist auch schön, dich zu sehen. Äh, was hängst du da beim Zahlencode herum? Cyrus und seine Tai-Chi-Kultur haben immer meinem Vater einen schweren Zeit. Heute schaue ich die Linie und blaste Musik über die Sprecher. Das sollte mit ihnen messen. Aber ich muss das Sprecherpanel in der Hose. Da will ich mitmachen. Hast du was dagegen? Dude, ich dachte, du würdest nie fragen. Hahaha. So, wie gesagt, wir müssen das Sprecherpanel in diesem Hose. Aber ich weiß nicht den Code. Und ich kann meinen Vater natürlich fragen. Äh, ich kümmere mich um den Code? K&Z, breche es in... Ich meine, zu accessieren... Das ist großartig. Ähm... Ähm... Ja, okay. Ähm... Oh, guck mal. Hahaha. Jawohl, ja. Ach, schön. Okay, wie organisieren wir jetzt bitte den Code? Moment, Rückseite des Schuppens? Ach, komme ich da jetzt doch rein, oder was? Ach, jetzt komme ich da rein. Schlösser knacken. Ja, das hast du dir nix, ne? Vielleicht ist es etwas, das wir nutzen können, um rein zu kommen. Das ist viel zu cool. Komm schon, komm da rein! Das ist mir gerade ein bisschen zu leicht hier alles. Ich... Grab ein paar Batterien, wenn du siehst. Ja, Moment, ich muss hier erst mal mich um andere Sachen kümmern. Petrias Jugendprogramm, entworfen von Tyrex. So kann man seinen Sommer auch verbringen. Äh, nein. Das Inventar einer Gartenlieferung. Darin steht, dass alles in einem Schuppen im Park gebraucht wurde. Code 27, ne Quatsch, 7277. Klasse, ich habe den Code. Weil was? Trinkt ja gar nix jetzt. Jetzt habe ich ja die Batterien entnommen. Die Schubladen sind zu. Ich schließe die mal wieder, damit es nicht so aussieht, als ob wir hier geklaut hätten. Ein Lieferschein, in dem etwas über Funktechnik und andere gewisse PB steht. PB? Für wen steht diese Initialen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, gut, ne? Ähm. Ich hätte vielleicht vorher einstellen sollen und nicht danach. Wenn die Batterien weg sind. Aber, hey. Wir haben den Code. K&Z. Kicken ass and taking names. Let's try it. Come on. Ja, den konnte ich gerade eben nicht lesen. Papier, auf dem steht, was diese Kiste Feuerwerkskörper inhaltet. Wofür? Voltens nationale Geburtstagsfeier ist erst am 11. April. Könnte es etwas mit Tyrex Ankündigung zu tun haben? Nein, 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 nein. Nichts mit Tyrex Ankündigung zu tun. Nein, nein. Jetzt soll ich den Code eingeben. Sag mal. 7277. Ja, Moment. Ich muss mich doch erst mal umgucken. Weißt du, wie schwierig das ist hier, ohne umzugucken, da irgendwas zu machen? Ja, hier ist sie. Siehst du das Panel? Das ist, wo die Magie passieren. Cyrus und seine Kulte werden sich selbst schlafen. Oh, willkommen beim Minispiel. Ähm. Was? Achso. Oh. Muss ich alle drei darüber kriegen? Oder wie sieht es aus? Oh, fuck. Ist das ein schweres Metal? Meine Kinder? Bring mir die Hände! Das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt haben wir... Oh Mann, die armen Arbeiter. Ja, das ist vielleicht... ...bisschen anders gelaufen, als ich mir das gewünscht hätte. Oh. Äh, was? Oh mein Gott. Ihr verlangt schon wieder von mir Hardcore-Sachen. Bitte was? Oh mein Gott. Juhu. Ja, sagst du nix? Ihr kriegt mich niemals. Niemals kriegt ihr mich leben. Oh. Oh. Was? Wir haben es nicht gekriegt. Jesus Malia. Was? Also. Oh. Da kam ein kleiner Pfost in den Weg. Ach komm, ich bin noch gehupft. Nein. Was? Ich will das Böbelding da auf der anderen Seite. Äh. Nein. Hallo. Erneut versuchen. Tschaka. Wenn das Spiel schon sagt, du bist zu schlecht dafür. Oh mein Gott. Okay, ich bin auch zu schlecht dafür. Was ist denn das für eine Kacke hier? Boah, jetzt aber. Jetzt musst du ja auch noch alles machen. Entschuldigung. Was? Was hat das denn? What? Oh Gott. Oh komm. Das ist ja. Hier. Also. Ihr. Ach komm jetzt holen wir mal deinen blöden Fuß da weg. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hä? Ich weigere mich zu glauben, dass ich da jedes Mal gegen den Fuß war. Ach stimmt was nicht. Oh Gott. Ja. Nein. Ich will es nochmal versuchen. Auch wenn ich echt doof bin. Man muss aber auch sagen, mit ähm, mit der Tastatur, ich kann nicht so fein steuern. Ich glaube mit dem Controller würde es besser klappen. Oh, wir haben hier Daichi nass gemacht. Tut mir leid. Oh, das ist eine schöne Einstellung. Die gefällt mir. Das sieht echt cool aus. Ja, Blödsinn machen. Das können wir. Ach komm jetzt, ich habe hier aber jetzt mindestens einen Doppel-Y-Rang. Als ob ich einen B-Rang kriege. Ach mal die Tode mitzählen. Das ist so unfair. Da werde ich nie einen A-Rang kriegen. Nein, sorry. Fortsetzen. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt geschafft habe. Jawohl, mach ich. Ganz bestimmt. Achso. Taste drücken. Ich stelle mir ehrlich gesagt die Frage, sind die Freunde oder sind die Freunde Freunde? Oder wissen sie noch nicht, dass sie Freunde Freunde werden könnten? Wenn ich ever turn into someone like Cyrus and his Yuppies. Ja. Ich stelle mir einen Scoop of Arsenic in meinem Serial. Okay? Ich meine das. Ja, dafür sind noch Freunde da. Also, kein Problem. Wenn du so wirst, dann werde ich dich sofort töten. Ich stelle Arsenic in dein Serial. Du weißt das, richtig? Ja, sehr nett. Danke. Okay, komm. Was geht dir durch den Kopf? Ja, und was? Du weißt, nach dem Tod? Nein. Sorry. Ich glaube, das war verurteilt. Wie, was ist auf der anderen Seite der Bordern? Und was Leben da ist. Du weißt, dass du das immer über das, Z? Ja, manchmal. Ja, manchmal ja. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, ich hab einfach... Drei eher verneinende Antworten. Ich weiß nicht, Kaido. Mir gefällt mein Leben in Patria. Ich würde das... Das würde ich niemals tun. Nee. Ähm, ich weiß nicht. Da hab ich wenigstens so eine Komponente drin mit... Eventuell? Ja. Nein, ich höre dich. Es ist... Es ist verrückt. Vergiss, dass ich nichts gesagt habe. Okay? Danke. Also, was willst du tun? Du weißt, wir haben nichts mit den Spraycans, die wir gefunden haben. Gefunden? Aber sowas von. Das ist genau mein Ding. Ich weiß nicht. Ich dachte, du sollst mir, was ich zeige. Was soll ich jetzt machen? Oh, da. Ein Symbol für die Macht Petrias? Bist du verrückt? Ich weiß nicht. Ein Symbol der Freiheit? Ein Symbol der Freiheit. Also, ich versuche... Vielleicht nur so... Das Verständnis... Ich versuche, so weit rechts wie möglich zu kommen. Ich glaube, das ist eher so diese... Diese rebellische... Tour. Diese... Zweifler... Es steht ja auch schon da. Zweiflerische Tour. Was ist mit dir? Warte, aber wähle eine Farbe auf der linken und drücke, um sie anzuwenden. Ach, da. Ist das nicht dein Ernst? Ich muss jetzt das malen? Ey, Leute. Ich kann doch gar nicht malen. Ähm. Aber irgendwie schon cool. Ja, jetzt fragt ihr euch, was ich hier treibe, ne? Ich weiß das noch nicht. Ich, ähm... Oh Gott, viel zu... Oh Gott, Ratirer. Ich hab die Größe, äh... Nicht gemacht. Ich kann nicht malen, Freunde. Ihr könnt mich doch jetzt nicht zwingen, zu malen. Das wird so kräuselig. Ich hab das überhaupt kein Talent für. Äh, was? Ja... Ich weiß nicht, was ich hier treibe. Oh, Mann. So kann das nicht was. Ich muss wenigstens irgendwas malen. Malen. Ach, guck mal. Ich mal das hinter. Ich mal das nach. Komm, das mach ich auch. Machen wir hier. Dick, Ratirer. Das ist das Zeichen der Freiheit. Okay, mal gucken, ob ich das nachmalen kann. Ich wollt eigentlich... Also, ich wollt eigentlich so jetzt ne Insel mit Häuschen malen. Und dann die Freiheit. Aber... Ja. Sagen wir es mal so. Es könnte besser klappen. Also, warte mal. Jetzt machen wir hier erstmal so einen dicken Strich. Und dann hier machen wir... Machen wir einen dünnen Strich. Das sieht schon mal total falsch aus. Weil ich den... Oh, ey. Ich muss hier per... Jetzt... Jetzt habt ihr... Oh, Gott. Fünf Folgen später. Ich lasse euch. Fünf Folgen später. Das mache ich schon wieder so krumm. Wie... Ich kann da... Ich bin so... Also, ich bin echt so ein Zeichen-Lecker-Szeniger. So. Machen wir hier noch diese roten Punkte rein. Warum auch immer die da sind. Weiß ich noch nicht so genau. Also, machen wir einfach einen größeren Klecks rein, oder? Das war ja so ein geilen Kringel rum. Jetzt wollte ich es nicht erschließen. Schließen. Ah, Mann, das müssen wir weg machen. Wir machen nicht so einen geilen Kringel so rum. Sieht voll professionell aus. Also, sorry. Besser wird es nicht. Besser wird das nicht. Das sieht aus wie ein komischer Frosch. Oh, Mann, ey. Warum zwingt der mich zu malen? Das ist so peinlich. Das könnte er ja auch noch machen. Das könnte er ja auch. Wenn es sich schein... Ach, komm, egal, komm. Ähm... Ich kann das nicht. Es tut mir so... Das muss jetzt so bleiben. Ich bin fertig. Kann ich das? Ich bin fertig. Ach, ja. Ja, ist sowas von... Lassen wir das Thema einfallen. Lassen wir das Thema, als ob es nie passiert wäre. Es erinnert mich an irgendwas. Ja, ich glaube, es ist... Ich glaube, es ist populär mit, like... Skatern. Hey, das war cool. Aber ich sollte wahrscheinlich gehen. Just remember, I got something to do. Mhm. What can I say? I'm just a busy guy. I'll see you later, Z. Natürlich ist er nur beschäftigt. Looks like it's just me again. What is up with Kaido? Kaido Lin, part team, part ghost. What is he hiding from me? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, Trinken, Essen. Ach ja, stimmt. Das war auch so ein bisschen so ein Bestandteil. Ah, gluck, gluck, gluck. Ich kann nichts machen. Hallo, ich möchte aufstehen. Ach so. Okay, können wir jetzt noch was machen hier. Ach guck mal, da ist unser Kunstwerk. Ist das nicht wunderbar? Dieser Tag erinnert mich an irgendwas. Was ist denn hier für ein Tag? Ich verstehe gerade nicht, welcher Tag das sein soll. Was? Besprühen. Ein kleiner Schreibtisch, an dem ich zeichnen kann, wenn ich will. Kaido hat ihn hier aufgestellt. Er kann so ein aufmerksamer Kumpel sein. Nein, nein, wir werden das nicht tun. Da war doch noch gerade irgendwas. Hm. Die Kassette haben wir... Ich wollte gerade sagen, die Kassette haben wir nicht gefunden. Aber da ist doch wieder eine. Und sein Highscore kann er gar nicht geknackt haben, weil er nichts kann. Ja, dann würde ich sagen... Wir gehen weiter zum nächsten Abend. Ach so, jetzt ist... Doch, das in der Mitte ist auch wieder da. Oder? Ja. Das ist halt die Frage... Wenn wir jetzt wieder zurück in den Park... Ich würde gerne wissen, was jetzt mit den Arbeitern los ist. Ob die jetzt... Also, ich meine... Die sind ja unsanft gefallen. Und das hat mir nicht gefallen. Ich wollte mal gucken, ob den... Ob es den... Gut geht. Da kann ich gar nichts drauf malen. Nein. Das ist aber auch nichts, ne? Ne. Ach so, das ist jetzt weiß. Nice. Okay. Einfach mal zum Test würde ich mal da hingehen wollen. Mal gucken. Aber, meine Freunde, das sehen wir... In der nächsten Folge... Dann gehen wir nochmal zum Präsidentenpark. Ich möchte einfach mal sehen... Ob sich da jetzt was verändert hat oder nicht. Und dann planen wir weiter. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Bis dann. 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 Dann geht's mal...